Am 8. Dezember wird unsere Bundesregierung endlich zurücktreten. Es gibt nämlich einen sehr wichtigen Grund, warum Scholz so lange gewartet hat und warum er noch zehn weitere Tage mit dem Rücktritt warten muss. Ich habe etwas sehr Wichtiges rausgefunden, worüber noch niemand spricht. Deswegen alle Details in diesem Video. Ich glaube, mittlerweile sind sich alle Menschen in Deutschland einig. Wir haben die schlimmste Regierung aller Zeiten und eine richtige Vollkatastrophe. Selbst die Staatsmedien wie ARD und ZDF machen sich mittlerweile über die Ampel lustig und fordern den Rücktritt. Und die Opposition, die fordert ja sowieso jeden Tag neu den Rücktritt. Zum Beispiel hat die Tagesschau heute geschrieben, Haushaltskrise der Bundesregierung. Söder fordert Neuwahlen im kommenden Jahr. Bayerns Ministerpräsident Söder plädiert für Neuwahlen parallel zur Europawahl im Juni 2024. Das Konstrukt der Ampelkulation funktioniere nicht. Deswegen seien vorgezogene Wahlen der richtige Weg, erklärte der CSU-Politiker. Die Ampelregierung sollte die Vertrauensfrage stellen. Nicht im Parlament, sondern vor dem deutschen Volk, fordert der bayerische Ministerpräsident. Und dieser Söder von der CSU ist natürlich nicht der Einzige, sondern CDU-Chef Friedrich Merz erfordert ebenfalls jeden Tag den Rücktritt der Ampel und die AfD sowieso. Und selbst die FDP denkt ja lautstark darüber nach, aus der Ampel auszutreten, sodass die Ampel danach zusammenbricht. Also eigentlich wollen wirklich alle in Deutschland das Ende der Ampel und einen Rücktritt. Nur Olaf Scholz weigert sich noch. Und die Betonung liegt hier aber auf dem kleinen Wörtchen noch. Weil am 8. Dezember 2023, also in 10 Tagen, wird es dann endlich soweit sein und die Ampel wird zurücktreten. Der 8. Dezember ist nämlich ein sehr wichtiger Termin, auf den Olaf Scholz noch warten muss, bevor er zurücktreten darf. Und jetzt die Frage, warum ist das so? Eine meiner treuen Zuschauerin, die hat mir diese Woche einen sehr, sehr wichtigen Artikel geschickt, wonach mir wirklich alle Schuppen von dem Augen gefallen sind. Schauen wir mal rein. Zwei Jahre Minister, 4.500 Euro Ruhegehalt. Ruhegehalt. Bundesminister können sich über ihre Altersversorgung nicht beschweren. Bereits nach vier Jahren im Amt erwerben sie einen Anspruch auf ein Ruhegehalt. Er liegt dann gleich bei etwa 4.500 Euro im Monat und steigt mit weiteren Amtsjahren. Gezahlt wird das Ruhegeld ab Erreichen der Regel Altersgrenze. Mit einem vergleichsweise geringen Abschlag können die Ex-Minister aber auch bereits vor Vollendung des 60. Jemser beziehen. Und als würde das alles noch nicht reichen, gibt es eine Sonderregelung. In bestimmten Fällen erwerben Ressortchefs bereits nach zwei Jahren den Anspruch auf 4.500 Euro Ruhegeld im Alter. Wow! Also das ist echt krass. Du musst als Minister in der Bundesregierung oder auch in der Landesregierung nur vier Jahre durchhalten und schon bekommst du 4.500 Euro Rente. Selbst wenn du den größten Mist verzapfst, bekommst du dieses Geld. Und das vergleicht man jetzt mal mit einem Durchschnittsbürger in Deutschland. Die Tagesschau schreibt, die durchschnittliche Rente im laufenden Jahr liegt allerdings deutlich unter diesem Wert, denn viele Versicherte kommen nicht auf 35 Beitragsjahre oder gehen Teilzeitbeschäftigung nach. Nach vorläufigen Berechnungen der deutschen Rentenversicherung liegt das Durchschnittsrente 23 trotz der deutlichen Erhöhung im vergangenen Jahr bei 1.152 Euro. Und das musst du dir mal vorstellen. Du musst in Deutschland 35 Jahre lang arbeiten und bekommst dann durchschnittlich 1.152 Rente. Im Gegensatz zu unseren Ministern, welche nur vier Jahre im Amt sein müssen und dann bereits 4.500 Euro bekommen. Und selbst wenn dort noch Steuern runtergehen, dann bleiben ja 3.000 Euro übrig. Und das ist wirklich krass. Nur vier Jahre. Und noch krasser ist, dass du für diese völlig ungerechte Regelung nicht mal vom Volk gewählt sein musst. Ich meine, eventuell erinnert ihr euch noch an Osla von der Leyen, unsere jetzige EU-Präsidentin. Die wurde ja im November 2005 als Familienministerin unter Angela Merkel gewählt. Und das, obwohl diese Frau nicht mal in den Bundestag gewählt wurde. Niemand im deutschen Volk hat diese Frau gewählt. Trotzdem wurde die Ministerin und kassiert jetzt eine fette Pension von 4.500 Euro. Unglaublich. Aber meine Zuschauer, damit noch lange nicht genug. Weil jetzt kommt nämlich der Oberhammer. Die Süddeutsche Zeitung hat ja bereits geschrieben, dass in bestimmten Fällen die Minister bereits nach zwei Jahren den vollen Anspruch auf 4.500 Euro Ruhegeld bekommen. Tja, wie ist das möglich? Das Ganze hängt nämlich mit einem Rücktritt unserer Ampelregierung zusammen. Da kommt jetzt wieder der Knackpunkt. Die Zeitung schreibt weiter. Bisher gilt für Minister, die nach einer Amtszeit von mehr als zwei, aber weniger als vier Jahren durch das Ausscheiden des Kanzlers oder Auflösung des Bundestags ihren Job verlieren, eine sogenannte rechtliche Fiktion, wonach ihre abgeleistete Amtszeit bei der Berechnung des Ruhegehaltes als Amtszeit von vier Jahren gewertet wird. Deshalb erwerben sie auch gleich den Anspruch von vier Jahren und damit den 4.500 Euro. Wenn sich also der Bundestag jetzt auflöst oder wenn der Bundeskanzler vorzeitig zurücktritt, dann bekommen die Minister bereits nach zwei Jahren diese fette Rente. Und das einzige Kriterium dafür ist, die Regierung muss mehr als zwei Jahre durchhalten. Und das, meine lieben Zuschauer, ist genau jetzt der große Knackpunkt. Schauen wir uns mal an, wie lange unsere Regierung um Amt ist. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, Am 8. Dezember 2021 hat der Bundestag Olaf Scholz zum neuen deutschen Bundeskanzler gewählt. Nach der Wahl im Bundestag hat Scholz die Ernennungsurkunde bekommen. Auf der Urkunde steht, dass er Bundeskanzler ist. Auch die Minister haben ihre Urkunden bekommen. Danach haben sie alle ihren Bundestag, ihren Eid geschworen. Also, der 8. Dezember 2021 ist das Datum, an dem unser Bundeskanzler Scholz und seine Minister die Arbeit aufgenommen haben. Das heißt also, am 8. Dezember 2023 sind sie dann genau zwei Jahre und einen Tag im Amt. Und damit erfüllen sie dann die Kriterien, dass sie zwischen zwei und vier Jahren im Amt sind. Wenn also Bundeskanzler Scholz am 8. Dezember 2023 zurücktritt, dann bekommen alle Regierungsminister ihre fetten Pensionen. Tja, meine lieben Zuschauer, genauso sieht die brutale Wahrheit aus. Olaf Scholz ist deswegen so lange nicht zurückgetreten, weil er jetzt noch zehn Tage warten muss, bis alle Ministerien ihre fette Pensionen abkassieren. Und das Witzige ist, damals in 2020 wollte die FDP diese Zwei-Jahres-Regel sogar abschaffen. Aber jetzt, wo sie selber in der Regierung sind, da wollen sie von diesem Vorschlag rein zufällig nichts mehr wissen. Und deswegen, unsere ganzen Politiker sind nicht nur komplett wahnsinnig, sondern auch durch und durch korrupt. Zwei Jahre lang maximal Scheiße bauen, unser Land zerstören und danach fett eine Pension kassieren. Das ist wirklich unglaublich. Was sagt ihr denn zu dieser abartigen Zwei-Jahres-Regelung? Und denkt ihr ebenfalls, dass Kanzler Scholz in zehn Tagen dann zurücktreten wird? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare.